so es geht weiter wie ich gelesen habe ist das eigentlich so alles richtig aber komisch irgendwie ne weil da steht extra hier kaffee naja ich soll ins kaffee dann gibt die mir tinte dann kann ich pass machen wenn ich mal an ich brauche ja tinte und links für den neuen pass komisch hey tomate erzählts keinem show hat das geld vom überfall irgendwie also dafür ist warum hat er ihn nicht eine sehr gute frage komisch ne also irgendwie ist da ein wurm drinnen es steht ja überall so ich habe jetzt vier oder fünf lösungen durchgeguckt bei dem teilstück hier und da steht heute bumm ja bumm steht da nicht wirklich aber ne steht dass wir nicht mehr der quatsch dass die mir dann tinte gibt die gibt mir aber keine tinte die dumme sau gibt's doch nicht ich will nur tinte du hier machst den besten eindruck nicht anfassen ach so alles klar schön dass du ich brauche neue pässe für mich und joe er kommt frühzeitig raus ich brauche fotos und tinte typ 32 aha ich verschwinde mal nachtwiff danke aha tinte vom typ 32 jetzt geht's k k weil sie warum ich hab so im urin wofür urin ich muss bisschen gerade beim deba wäre äh, wo war denn das jetzt? ich brauche Koffe ja ja jetzt vielleicht ja ja, ich glaube es nicht so, jetzt aber ja jetzt Flucht hier wir wollen flüchten und fluchten und flüchten also, ja wir nicht wir sind ja schon an Land also Christine will Joe helfen so, jetzt ist es richtig wir helfen Joe zur Flucht von das lustige ist diese Flucht wirklich so passiert ist das ist das lustige daran oh, da ist das Foto ich habe die Tinte und die Bilder von Joe und mir die du für die Pässe brauchst kannst du mir zwei Blanco Pässe rübergeben? ich verschwinde mal Nachtwiff danke du hier machst den besten Eindruck Freiheit ein neues Leben und ein neuer Name ich bin nicht gut genug im Fälschen um die selber auszufüllen ja hier sind die Blanco Pässe welche Nationalität ich hätte gerne einen amerikanischen und einen für Kanada okay die Pässe sehen fantastisch aus trag sie etwas in deine Handtasche rum und lass sie zerknicken okay ein neuer Anfang für Joe und mich die Kohle holen die Knäde 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 Nato Gwendes Efu Gwendes Hab den Zaster, hab die Pässe. Der Rest liegt an dir, Joe. Äh, Lou? Ah. Na komm, Ta Baby! Du bist mir gefolgt. Hat Micky dich bezahlt? Wir wollten deine Frau benutzen, um an die Beute zu kommen. Sie und das Geld sind bestimmt schon längst bei ihm. Verdammte scheiße Gaspipe! Verpiss dich! Zeit zu sterben, Joe. Woah. Tja, wer ist jetzt tot? Hm, könnte nützlich werden. Der ist hin. Wenn meine Flucht misslingt, schicken sie mich direkt auf den Stuhl. Tür auf. Siehst du richtig? Das ist hier nix mehr, ne? Das Seil, das ich zusammengeschustert habe. Ich darf mir nicht den Rückweg abschneiden. Ich muss Christine erst noch kontaktieren. Ich hab's geschafft. Die Stadt scheint so nahe. Ich muss Christine irgendwie kontaktieren. Mit etwas Glück schaffe ich es gerade mal ans Festland. Wie kann ich sie jetzt nur erreichen? Glaubst du das richtig? Ich komme da nicht durch. Jedenfalls nicht schnell genug. Das ist ein Rohr. Boah. Boah. Ein Luftschutzbunker aus den 40ern. Die Kinder der Wachen haben ihn offensichtlich auch schon entdeckt. Das kann man alles nicht mehr essen. Leer. Schade. Ich könnte etwas zum Aufwärmen gebrauchen. Whiskyflaschen. Schimmelnder Schund. Das waren mal Flugblätter über die Gefahr von Luftangriffen. Die Leiter ist schon vor Jahren zusammengebrochen. Wenn ich darauf will, muss ich mir was einfallen lassen. Ich brauche irgendwas, um die Teile wieder zusammenzukriegen. Zu weit weg. Ich bin jetzt vermutlich auf der nördlichen oder nordöstlichen Seite der Insel. Oh. So verzweifelt. Das wird nicht. Hm. Schraubenschlüssel, bring mich hin. Schraubenschlüssel. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Alte Flaschen und Pakete. Alles ausgetrocknet und... Schimmelnder Schund. Sandsäcke. Sie haben sich zu Stein verhärtet. Das wird nicht... Ja, ja, logisch. So? Nein. Nein. Das? Ja, Quatsch. Schraubenschlüssel. Warte mal, fass. Voll mit grünem Schleim. Damit kann ich nichts anfangen. Vermutlich waren sie mal voll mit... Aber die Zeiten... Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Wahrscheinlich die Reifen holen. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dum 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 dum. Duda, duda. uns geht's folglich wir sind voll im arsch wenn ich gummi reste brauchen sollte weiß ich jetzt wo ich sie finde so verzweifelt das wird das passt und so das so und so das wird so und so das für das krieg das wird das wird das wird also war ich doch richtig wir sind ja schon kurz vor der flucht sind schon in der flucht alles verrottet hier sammelt sich der schlamm aus 50 jahren diese rohre sind zu nichts mehr zu gebrauchen das wäre eine schreckliche schraubenschlüssel ach du schau jemand hätte sich um dich kümmern sollen darüber könnte ich mich total aufregen wenn ich nicht so müde wäre ja und er hat seine geheimnisse mit ins grab genommen ist aber auch sonst nichts nicht und Die Leiter ist schon vor Jahren zusammengebrochen wenn ich darauf will muss ich mir was einfallen lassen ich brauche irgendwas um die teile wieder zusammen zu kriegen alles ausprobieren schrauben schlüssel die münze das führt nein der nein zeitverschwendung das gibt's doch nicht ich bin jetzt vermutlich auf der nördlichen oder östlichen seite der insel zu weit weg ich laut hängt wenn ich mich der leser sagt die hat mir von den muss ich noch mal in diese scheiß höhle da muss irgendetwas sein anders kann ich mir das gerade überhaupt nicht vorstellen da liegt jetzt eine leiche rum ne mein gott das seil das ich zusammen geschustert habe ich darf mir nicht den rückweg abschneiden ich muss christine erst noch kontaktieren nur wie ist aber nix der ist hin wenn meine flucht misslingt schicken sie mich direkt auf den stuhl das gibt es doch nicht kann ich vielleicht das rohr und den schlüssel kombinieren das führt zu nichts das krieg schrauben schlüssel schrauben schrauben so wie es gemacht cool und mal speichern einfach mal abspeichern dann ist schon mal hier sicher dass ich hier bin ich muss jetzt nachgucken das lässt mir jetzt keine ruhe weil ich jetzt so am ende bin panzerthilm aus dem linken regal das war jetzt ein bisschen doof aber ja linken regal das panzerthilm kommt jetzt mal nicht gesehen aber gut jetzt sagst dann ist das so wird ich bin ein bisschen oben hier auch hier blind wie ein fisch nur ein trottel würde das nicht ein gutes altes ducktape fühl mich gleich sicherer mann das sollte klappen sie wird aber wohl leider unter meinem gewicht zusammenbrechen ich sollte etwas finden um sie zu stabilisieren will mir nicht meine knochen brechen jetzt sollte sie mich tragen da ist das ruhe der mann der mich quer über die insel geschickt hat für den ich den ganzen mist reparieren musste soll ich der sturz würde ihn umbringen so der sturz würde ihn umbringen komm so zeigt meine ruhe den arsch habe ich die ganze scheiße gemacht aber der hat uns auch irgendwie geholfen ja egal was sie tut die rippe ist hin zur hölle mit ihr gas pipe hey bist du das du bist nicht mein mann hallo fremder mit den geschickten händen oh nein nein das ist keine gute idee ich brauche keine geiseln keine ablenkungen keine planänderung ich brauche nur jemanden der mich auf dem festland abholt mehr nicht masons frau läuft unruhig herum wir sind beide nichts als gefangene ich stecke im knast genau wie du komm ins bett wenn ich die verbindung mit einem stück metall überbrücke kann ich umsonst telefonieren stück metall nein der nagel bringt mich so verzweifelt nein der also dann halt so muss nicht sein da schrauben 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 das münztelefon der wachen und zivilisten auf alcatraz mein einziger draht in die stadt wenn ich die verbindung mit einem stück metall überbrücke kann ich umsonst telefonieren die münze behalte ich mit einem stück metall mit einem stück metall mit einem stück metall was soll ich denn jetzt ein stück metall herkriegen das ist braucht braust du medizin lady geh schlafen ich war gar nicht wirklich da hey hey du hast mich gehört hör auf zu schreien Ob ich schreie, liebt ganz bei dir. Was sagt man denn dazu? Mein Mann ist die ganze Nacht weg. Komm, setz dich zu mir. Ich sterbe so allein bin ich. Nein, das ist keine gute Idee. Ich brauche keine Geist. Ich brauche nur... ein Stück Metall. So, das haben wir da. Das wird nicht klappen. Hm, nicht? Dann halt der Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel... Ich brauche was aus Metall. Mein eiserner Wille allein reicht nicht. Besser nicht. Masons Frau läuft unruhig herum. Wir sind... Ich stehe... Ja, ja. Ist denn der Klingengriff aus Metall? Das wird nicht... Nee. Der Alpen will doch nicht weggehen, ne? Okay. Ach, jetzt doch. Lol. So, spät noch am Telefonieren? Komm doch rein. Es ist furchtbar kalt da draußen. Ja. Ja. Wen rufst du an? Komm schon. Komm schon. Nimm ab. Na dann bringen wir diese Party mal in Schwung. Ausnahmsweise gehen Snacks und Schnaps auf mich. Habt Spaß! Auf nach Mexiko. Dale, Baby. Hallo? Was? Hey, seid mal leise. Ja, am Apparat. Hey Baby, hier ist dein alter Freund Mac. Wer? Oh, oh Mann. Hab gehört, du willst mich unbedingt sehen. Stimmt. Ich kann's kaum abwarten, dich zu sehen. Du hast eine Stimme, in die ich mich verlieben könnte. Wirklich? Was ist los? Mich hat's erwischt. Glaub nicht, dass ich's noch bis zum Strand schaffe. Oh nein. Joe? Die Bojen. Schwimm nach Südwesten. Da ist eine Boje, keine 200 Meter entfernt. Ich hol dich da ab. Nimm mich mit! Wer war das? Niemand. Ich erklär's dir später. Ich bin kein Niemand. Oh Mann. Geil. Ich muss los. Joe, abholen. Ich brauche ein Boot. Und Goldie sagte, ihr Schatz ist ein Käpt'n. Äh. Wie geht's deinem Freund? Ich treffe mich später mit ihm am Pier. Du solltest mal mit uns segeln kommen. Du bist doch früher gesegelt. Ich hau ab. Ich bin noch nicht wirklich bereit dazu, aber ich muss. Kümmere dich um meinen Kater, okay? Ich denke darüber nach. Nein. Sag ja. Jetzt sofort. Bitte, bitte, bitte. Ich könnte etwas Gesellschaft gebrauchen. Perfekt. Hier hast du ein Tausender. Ich mach ein Foto-Essay für das Live-Magazin. Und ich will, dass du die Texte dazu schreibst. Es geht um die Beats. Wird leider nichts. Ich hau ab. Doch nicht jetzt. Die Szene ist kurz vor dem Aufblühen. Schreib alles auf. Eines Tages will ich darüber in einem Buch lesen. Dale. Dale, Baby. Auf nach Mexiko. Dale, Baby. Für mich ist alles südlich der Market Street fernstes Ausland. Warte. Nein, die beiden brauchen Zeit für... Nein. Nein. Reis dich zusammen. Joe ist bald zurück. Du verlässt uns. Wie kommst du darauf? Ich habe schon Angst, den Raum zu verlassen. Was glaubst du, warum ich euch Gammler eingeladen habe? Siehst du Ärger auf mich zukommen? Unausweichlich. Ich schätze, das ist alles schon in Stein gemeißelt, oder? Für die Spießer, ja. Wir schreiben unsere Geschichten selbst. Ich brauche ein Boot. Und Goldie sagte, ihr Schatz ist ein Käpt'n. Hä? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Auf keinen. Mir nichts. Mir nichts. Dir nicht. Mir nichts. Ja, was? Mir nichts. Wir sind fertig mit Drucken. Es gibt nun genau... Und in jedem Heft ein handgedruckter Andy Jackson. Cool. Der ist jetzt... Irgendwann. Vielleicht Bumm? Keine Chance. Oh, ey. Jetzt bin ich sogar zu blöd, hier um aus der Tür zu kommen, ey. Faszination, ey. Hier ist die Tasche. Du hast versprochen, uns zu helfen. Für ein Boot von einer Meerjungfrau. Tschüss. Also dann. Bis später, Leute. Gestiften. Endgültig. Jetzt muss ich's nur ans Meer schaffen. Und schwimmen. Christine wird auf mich warten. Ich weiß es einfach. Es ist jetzt alles repariert. Alles. Geh ins Bett. Morgen bin ich weg. So machen Träume das. Weg, um sich ärger einzuhandeln. Weg, um sich ärger einzuhandeln. Weil. Ne? Viele Wachen. Zu viele Gewehre. Schade. Äh, wo muss ich denn hin? Die Docks gehören nicht zum Fluchtplan. Äh. Äh. Muss ich doch zum Telefon wieder, oder was? Komisch. Irgendwie. Äh. Das ist... Ich brauche keine Geiseln. Keine... Ich brauche... Masons Frau. Wir... Ich... Kommen... Besser nicht. Ich brauche... Äh. Nö. Hab meinen Anruf. Ich muss da nicht hin. Ich hab schon genug Ärger. Das wird nicht klappen. Ey, Bars. Guck mal, was ist da lang? Ich bin auch noch nicht. Rechts kann ich nicht. Also, da, bumm. Gucken. Auch vielleicht? Nein, das brauche ich noch. Ist das schon jetzt im Kotzen. Hier leben die Wachen mit ihren Familien. Ich muss näher ran. Also, doch. Ich muss näher ran. Hm. Hm. Nein, das brauche ich noch. Vielleicht hier aufgabeln oder... Schraubenschlüssel... Oder bumm. Was für... Hm. Nein, der Nagel. Mhm. Das wäre... Das gibt's ja nicht. Das wird nicht klappen. Das wird... Hey, ich krieg' ne Macke. Schrauben. Schraubenschlüssel. Was ist das? Hallo? Maus? Hallo? Alle würden in Panik geraten. Und hier hinrennen, um zu sehen, was los ist. Alle würden in Panik geraten. Und hier hinrennen, um zu sehen, was los ist. Naja? Ist in guter Verfassung. Auf Hawaii werden wir wahrscheinlich gar keinen Strom haben. Es ist ja gut, wenn hier alle dahin rennen. Nein, der... Das wäre eine schreckliche Versch... Krass aus. Ich drehe hier noch am Teller, ey. Ah. Hm. Hm. Häh? Ehering? Ehering hab ich gar nicht mehr. Sollen wir den Ehering wieder schnappen? Kommt den aber nicht. Die ist nämlich die Münze drin. Besser nicht. Hab meinen Anruf. Hab meinen Anruf. Hab meinen Anruf. Fühlt nicht mal ernst oder? Ich hab kein Ehering. Ey, ich dreh am Rad, Alter. Viele Wachen. Zu viele Gewehre. Ich kann aber hier an den Kasten aber nix machen. Schraubenschlüssel bringen... Ich... Nein, der... Was für ein Scheiß. Nein, das wird... Den Plan behalten... Den Plan behalten... Das gibt's doch nicht. Nein, das ist keine gute Idee. Ich brauche keine Geiseln, keine Ablenkungen. Ich brauche nur jemanden... Schraubenschläge. Ich rast hier noch aus. Mann Ah 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 Ich suche ein göstlichloses Telefon an, kann ich jetzt erst den Teilen, weil er aus Versehen ins Minz-Klefon gestopft hat, in die Ring nehmen, ok. Hä? Ich soll einfach abholen aufs offene Meer, wie soll ich denn machen? Hä? Ich komme ja hier nicht weg. Hä? Fuck! Nicht von hier. Doch. Och, jetzt. Loll. Guck mal, wie scheiße es gemacht ist. Alter. Scheiß. Ja, sorry, Leute. Ich musste eben mal wieder ins Windows kurz mal zurückkehren. Mit etwas Glück schaffe ich es gerade mal ans Festland. Los geht's. Ok, da. Ok. Es ist vorbei. Du gehst nirgendwo hin, Schätzchen. Du gehörst mir. Sehr richtig. Dein ganzer Kram gehört mir. Das ist nicht deine Beute. Das ist unser Geld. Maul halten. Ich nehme das Geld und anschließend teilen wir es auf. Keinen Schritt näher, alter Mann. Du tötest das Mädchen. Ich nehme das Geld. Niemand tötet das Mädchen. Gewolle Gnerre. Ob ich wohl meine Knarre rechtzeitig ziehen kann? Nein. Er hat die Oberhand. Ob ich wohl schneller? Nein, ich muss mein... Die Typen legen mich um, wenn ich meine Waffe ziehe. Aber die Idee... Sobald ich den Koffer berühre, bin ich tot. Okay. Also. Klappt immer noch nicht. Kapier ich nicht. Klappt immer noch nicht. Das würde richtig scheppern, wenn ich dagegen trete. Wenn ich das jetzt schon mache, erschießen die mich sofort. Ich muss versuchen, sie gegeneinander aufzubringen. Dann kann die Part... Ach so, ist er einfach. Dann weißt du, dass Micky dein Geld unterschlagen hat? Dass er erst euch geprellt und dann den Überfall inszeniert hat? Klappe zu, Puppe. Ich würde ihm nicht trauen. Besser. Ich traue keinem von euch. Wie kannst du dich nur von so einer Ratte rumschubsen lassen? Mache ich nicht. Micky schuldet mir Geld. Und der Familienbesuch ist erst vorbei, wenn ich's wieder habe. Ich weiß, was du vorhast. Die Beats haben alles schwarz auf weiß. Wenn du mich umbringst, steht es morgen früh in jeder Zeitung. Das Risiko gehe ich ein. Alles oder nichts. Okay. Ich nehme den Koffer. Halt! Das ist mein Geld. Seid ihr bereit zu sterben? Wie wäre es mit einem Gebet? Auf mich wartet schon die Hölle. Ich... Ich hab sie gesehen. Sie existiert wirklich. Was ist los mit ihr? Was sind die Drogen? Marihuana. Beats. Du bekommst mein Geld nicht. Bevor du auf Bonnie machst. Zähl noch mal nach. Wir sind in der Überzahl und wir sind bewaffnet. Einen Schritt weiter und das war dein letzter. Er meint es ernst, Christine. Bringen wir's hinter uns. Du willst dein Geld, Mickey? Na dann. Nimm. Alles falsch, Geld. Ich wollte es in Mexiko verticken. Für einen Cent pro Dollar. Was redest du da? Gar nicht hinhören. Vivian Wong hat uns reingelegt. Sie hat das Geld gedruckt und es mit den Scheinen in Joe's Save vertauscht. Das war ein großer Spaß für sie. Sie hat sich schon nach China abgesetzt. Du wirst dein Geld nie wiedersehen. Zeig her. Finger weg vom Geld. Bleibt alle, wo ihr seid. Ich hab es kommen sehen. Die zwei Männer meines Lebens. Ihr wisst, was ich für euch empfinde. Ich könnte niemals abhauen. Nicht ohne euch. Du gehörst auf meine Bühne. Ein Versuch war's wert. Ich schätze, es ist zu spät für eine gemeinsame Nachspeise. Tut mir leid, Schätzchen. Hättest du auf mich setzen sollen. Sie sind nur hinter dem Geld her. Richtig? Kein Grund, sich mit einem Mord zu belasten. Ihr könnt das Geld haben. Ihr habt gewonnen. Was will ich schon machen? Zur Polizei gehen. Wir können nicht zulassen, dass du Joe rettest. Ich hab dein Telefon abgehört. Dein Mann wird da draußen sterben. Wir werden jetzt warten, bis sich das Problem von alleine gelöst hat. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Braves Kätzchen. Sie sind ein Vollblutbulle. So jemand lässt sich nicht kaufen. Oder lässt sich der harte Hund jetzt von Ratten rumschubsen? Wenn hier jemand das Sagen hat, dann sie. Richtig. Vorsicht, Gracie. Auf dem Weg wartet nichts als Bedauern. Sie müssen mir helfen. Klappe zu, alle beide. Wir regeln das auf meine Weise. Ach, er hat jetzt das Sagen, Detective? Halt's Maul. Sei vorsichtig, wie du mit ihr sprichst. Sie haben hier das Sagen. Nein, ich. Der Detective hat Schulden bei der Familie. Ich hab hier das Sagen. Das Geld gehört mir und der Familie. Sei still. Detective Gracie hat sich vom Straßenkopf zum Detective hochgearbeitet. Die Männer in seiner Familie beschützen North Beach schon seit was? Drei Generationen? Ja. Er hat seinem Land gedient. Er wurde vom Bürgermeister persönlich ausgezeichnet. Du denkst wirklich, du kannst uns rumschubsen, nur weil du dir einen billigen Anzug aus einer Tonne gefischt hast? Ich brauche ihre Hilfe. Er will mich töten. Sie müssen nicht auf mich hören, aber sie müssen auch nicht auf ihn hören. Doch, musst du. Er schießt die Schlampe. Genau zwischen die Augen. Ich zeig dir, wer er wirklich ist. Er schieß sie. Ruhig Blut, Mickey. Runter mit der Waffe, Mickey. Würdest du ihn bitte umbringen? Gott verflucht, ein Scheiß werde ich. Copkill für eine Ratte wie dich? Keine Chance. Cops, Frauen, Geschäftsleute. Ihr wollt die Ratte in der Ecke? Schön. Leichensäcke für alle. Ob ich wohl schneller ziehe als er? Nein, ich muss meinen Grips einsetzen. Okay, geht nicht. Borosha? Was wollen Sie von mir? Ich sag ihm, was er will. Keine Chance. Das ist meine Show. Ich dachte, er ist ein Leibfechter. Die Familie hat ihn geschickt. Mickey schuldet mir Geld. Was ist Ihnen wichtiger, Grassy? Die Kohle? Oder ich? Ich will dich und das Geld. Na dann, ich halte sie nicht auf. Aus dieser Sache kommst du nicht raus. Der Mob will das ganze Geld von Mickey. Da bleibt nicht viel zum Teil. Außerdem will er mich tot sehen. Geht irgendwie nicht auf die Rechnung, was? Das heißt, Grassy geht leer aus. Sie wollen mich und sie wollen das Geld. Dann klempfen sie. Nein! Danke. Was zur Hölle tust du? Und jetzt die Hände auf den Kopf. Du bist verhaftet. Es ist vorbei. Der Don holt sich deinen Kopf. Und Ian auch. Ob ich wohl schneller ziehe? Nein, ich muss meinen Grips... Was ist Ihnen wichtiger, Grassy? Die Kohle? Oder ich? Ich will dich und das Geld. Na dann. Verstehst du nicht? Es ist vorbei. Du bist tot. Schnauze! Recht hat sie. Nein, nein! Christine? Du hast dir das alles ausgedacht, richtig? Du meinst wegen dir und mir? Ich hatte Angst. Was hätte ich sonst sagen sollen? Gut geblufft. Lass die Handtasche fallen. Du bist verhaftet. Was wird das? Stehen bleiben, Christine. Keine Bewegung. Du bist ein gutes Mädchen. Ich weiß das. Wirf dein Leben nicht weg. Du bist ein miserabler Kopp. Du bist ein miserabler Kopp. Du bist ein miserabler Kopp. Joe. Joe. Bist du es wirklich? Ich kann dich kaum sehen. Ich zittere, wenn ich ihn nur anschaue. Warum hast du mir nichts von dem Geld erzählt? Ich weiß. Es war ein Fehler. Ich dachte, ich könnte dich so vor Mickey schützen. Es tut mir leid. Willst du gar nicht wissen, ob ich das Geld habe? Denn ich habe es. Und ich wäre fast dafür gestorben. Zusammen wären wir ein gutes Team. Christine, was ist los? Ich muss nur erst mal mit ein paar Sachen ins Reine kommen. Du hast diesem irren Schriftsteller gesagt, dass du es mit jeder getrieben hast. Das war alles ein Trick. Eine Ablenkung, damit dir nichts passiert. Was ist mit Goldie? Und Bea? Das ist nur Gerede. Das war aber eine verdammt lange Pause, Mister. Wann hätte ich dich schon betrügen können? Wir waren doch immer zusammen. Ja, irgendwie hast du es ja auch geschafft, einen Geldtransporter zu überfallen und die Beute zu verstecken. Du hast sogar diesen Psycho-Safe gebaut. Glaubst du echt, ich kann das so einfach schlucken? Woher weiß ich, dass du mir nicht wieder ins Gesicht lügst? Ich wäre fast mit Dale abgestürzt. Wir sind doch keine Spießer. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Naja, am liebsten würde ich dich ja verklagen. Aber mein Anwalt hat mich das letzte Mal nach Alcatraz gebracht. Joe, ohne Scheiß. Glaubst du, wir kriegen diesen ganzen Scherbenhaufen wieder zusammengesetzt? Glaubst du, unsere Hochzeit war ein Fehler? Wir hatten nie Zeit, das herauszufinden. Was ich rausgefunden habe, ist, dass all das hier nicht kaputt machen konnte, was wir haben. Ich lieb dich noch immer. Werd's immer tun. Das muss doch was wert sein. Oder? Du weißt, wie man Sachen repariert. Das muss ich dir lassen. Aber wir sind noch nicht heil aus der Nummer raus. Das wird keine leichte Flucht. Wird sich viel ändern? Hättest du das gerne? Beantworte einfach die Frage. Ja, ich habe genug von riskanten Abenteuern. Ich brauche eine Pause. Ich bin am Ende. Alcatraz hat mir eine Menge angetan. Aber eins hat sich nie geändert. Zwischen uns ist alles beim Alten. Was musstest du tun? Ich habe zwei Männer getötet. Ist das alles? Bin von Alcatraz hierher geschwommen, um endlich bei dir zu sein. Ich habe schlimme Dinge getan. Ich musste ein paar harte Entscheidungen treffen, Joe. Kann nicht schlimmer sein als bei mir. Wegen mir sind ein Haufen Leute tot. Ich habe jemanden erpresst. Ich auch. Ich habe gestohlen. Baby stehlen ist mein Leben. Ich bin eine wandelnde Katastrophe. Dann passen wir gut zusammen. Du findest immer die richtigen Worte. Wir haben beide Dinge getan, auf die wir nicht gerade stolz sind. Lass uns das alles vergessen und von vorne anfangen. Ich bin ein Haufen. Und somit haben wir das Spiel beendet. Ja, fertig. Ja, war ein cooles Spiel, muss ich sagen. Und ja. Im Anschluss, also morgen, wird dann noch das alternative Ende kommen. Und ja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, ich bedanke mich schon mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Einen Daumen oder was auch immer. Und in dem Sinne, ich bin CrazyFig. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin raus. Ciao.